Musik Selkom zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Manchester City Karriere Modus. Heute geht es weiter in der Premier League, nachdem wir letzte Episode zweimal gegen Man United gespielt haben und dabei mehr oder minder erfolgreich waren. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch die letzte Episode auf jeden Fall an. Heute geht es weiter unter anderem gegen Swansea, das heißt gegen die Valisa soll der nächste Sieg in der Liga her. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen und wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibungen sind Links zu IG Vault, zu Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, also zu Social Media Links und zu meinem Merchandise. Bei IG Vault bekommt ihr 6% Rabatt mit dem CodeMaxGamingTV. Und wir gucken uns mal ganz kurz an, mit wem wir denn heute noch so das Vergnügen haben. Die Tottenham Hotspur sind unser zweiter Gegner und wir spielen gegen die auswärts an der White Hart Lane. Und normalerweise haben die Spurs immer ziemlich, ziemlich gute Spiele abgeliefert, gerade gegen City, beziehungsweise allgemein gegen große Teams. Und City hat teilweise, gerade gegen solche Teams wie die Spurs oder weißt du, vielleicht auch gegen Arsenal, immer mal wieder ihre Probleme gehabt. Und das sollen wir heute nicht so haben, deswegen versuchen wir die wegzuklatschen. Ganz wichtige Info noch für euch an dieser Stelle, am Samstag, das heißt übermorgen, wenn ich jetzt hier richtig im Kopf habe, wann dieses Video kommt, könnte auch morgen sein. Ich glaube es ist morgen. Gibt es ein 24 Stunden Live-Steam. Startet um 7 Uhr morgens und geht bis Sonntag 7 Uhr morgens dementsprechend. Seid auf jeden Fall dabei. Twitch.tv slash MarksGamingTV. Link ist auch in der Videobeschreibung. Die letzten Male musste ich noch ein Video aufnehmen, damit ich es zeigen kann. Aber diesmal habe ich es nicht vergessen, ein Video zu sagen. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Es wird ziemlich, ziemlich geil, bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir müssen den Kader ein bisschen umstellen. Unter anderem ist ja Varane rot gesperrt. Und Sterling ist verletzt. Aber wir haben ja Touré und Jiménez, also ist das eigentlich kein Problem. Swansea wird live kommentiert und da starten wir jetzt rein. Auf geht's. Wir sind am Start und zwar im Liberty Stadium in Wales. Und wir haben richtig schön englisches Wetter. Schmuddeliger Regen. Liam Britton ist der Kapitän bei Swansea. Auf der anderen Seite haben wir schon gesehen Pablo Zabaleta bei uns. Wie die Ausstellung aussieht, wisst ihr trotzdem noch nicht genau. Ihr seht da nämlich unter anderem schon Jaya Touré zum Beispiel. Wir haben bisher die beste Abwehr der Liga mit nur zwei Gegentoren. Und das liegt vor allem auch daran, dass Varane bisher sehr überzeugend gespielt hat. Aber der kann ja heute eben nicht dabei sein. Dafür haben wir aber, ihr seht ihn da rechts schon, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Das ist unser Torschütze aus den letzten Spielen. Irgendwann hat er ein Doppelpack gemacht. Ich weiß nicht mehr wann genau. Auf jeden Fall haben wir Kompany. Und Kompany, der Eierkopf, der wird uns hoffentlich hinten den Laden zusammenhalten. Fabianski, Angel Rangel, Van der Hoorn, der Neuzugang in der Innenverteidigung mit Fernandes. Dann Neil Taylor, Cork Britton, Dias Seagut, Son Montero und Bordia Baston. Ebenfalls Neuzugang. Seagut und Bordia Baston sind die beiden, auf die wir besonders aufpassen müssen. Denn die sind richtig stark. Unsere Ausstattung, warum aber das Fonzie gezeigt wird. Bravo, Zabaleta, Stones und Kompany in der Innenverteidigung. Links Bernhard davor. Auf der sechster Position Jaya Touré. Im Mittelfeld Silva und Thiago. Und vorne Nolito, Sergio Aguero und Leroy. Sané, der Bräune nur auf der Bank. Macht aber nichts. Wir gehen trotzdem rein und versuchen direkt mal über Sané zu kommen. Habe ich mir gedacht. Denn der ist ja schnell. Hat auf seiner Seite mit Taylor nicht den allerschnellsten. Aber Montero ist auf jeden Fall schnell. Ja, und ärgert den da gleich mal. Aber Pablo Zabaleta ärgert zurück. Aguero, Elfmeter. Drei Minuten nicht mal gespielt. Und wir können schon in die Führung gehen. Fehler vom Kapitän von Britton. Aguero nutzt die Chance. Natürlich, er ist kalt aus. Gar keine Frage. Wir führen 1 zu 0. Sauber. Weiter so. Bereits ein sechster Saisontor. Bei dem läuft es einfach. Oh, Nolito macht das da klasse. Nachdem er von Thiago eingesetzt wird. Und Sané hat nicht gecheckt, dass ich den Pass dahin spielen will. War aber auch ein bisschen sehr optimistisch. Schön dazwischen von Bernhard. Und damit den nächsten Angriff eingeleitet. War schlecht gemacht von Nolito. Er kriegt den Ball nochmal wieder gegen seinen Landsmann Rangel. Da ist er zu schnell für. In der Mitte ist er aber kein großer. Deswegen, ich wollte eigentlich flach flachen. Naja. Die erste Chance. Die erste dickere Chance für Swansea. Die jetzt gerade uns ein bisschen will lagern. Hier in unserem 16er. Aber das lag auch voll im Lagern, dass wir da schlecht verteidigt haben. Jetzt Nolito raus auf Bernhard. Und vielleicht haben wir die Kontergelegenheit. Bernhard ist da schneller als Rangel. Thiago ist aber nicht so schnell. Oh, und Daya ist sehr, sehr schnell. Aber Bernhard macht es dann lieber alleine. Jetzt noch gegen Fernande. Setzt sich durch die Flanke. Ist nicht schlecht. Aber da war keiner. Oh, David Silva. Schöne Balleroberung jetzt raus auf Leroy Essané. Aber ist wieder keiner in der Mitte. Zweiter Pfosten wäre Nolito. Ja, das ist so ein bisschen ein Problem. Franken dürfen wir eigentlich nicht. Halbzeit bisher eine ausgeglichene Partie. In der wir bisher den besseren Start hat. Durch den Elfmeter von Aguero. Aber noch ist hier nichts entschieden. Und das wollen wir ändern. Aguero macht das super mit dem Bärbar-Spin. Und dann scheitert er am Van der Hoorn. Das war vielleicht ein bisschen zulässig da mit der Ballrolle. Wunderbar von Bernhard. Und jetzt vielleicht mal raus auf Nolito. Ja, der Ball kommt tatsächlich an. In der Mitte ist aber halt wieder keiner. Oh Gott. Ganz schwach von mir gemacht. Merken also. Swansea steht in der Mitte sehr, sehr sicher. Wir haben jetzt Iheanacho eingewechselt. Der ist ein bisschen größer. Raus auf Aguero. Der spielt jetzt auf dem Flügel. Flanke auf Iheanacho. Thiago ist da. Wir machen das 2 zu 0 per Kopf. Eigentlich war er da nicht geplant. Aber er macht es trotzdem. Schön von Aguero. Lange gewartet. Lange gebraucht. Und dann der Kopfball von Thiago. Stark. Viertes Saisontausch. Und Wien hat er gegen Bournemouth dreimal getroffen. Oh, 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 oh. Klasse Parade von Bravo. Das war mal richtig stark gespielt. Und das war Weltklasse. War das Gülfi? Ich glaube, es war Gülfi. Aber das kannst du halt auch überhaupt nicht verteidigen. Das war Rangel. Was? Niemals. Den nimmt er perfekt an. Und dann direkt die Abnahme. Da kann man ja überhaupt nichts gegen machen. Ballerung von Aguero. Silva schickt wieder Aguero auf die Reise. Van der Horn muss raus. Aguero auf Iheanacho. Der ist aber Linksfuß. Wir wechseln mal die beiden, die ein bisschen fertig sind, aus. Und bringen dafür Kimmich und Gündogan. Das sind übrigens Busquets und Thiago, die fertig sind. Und da habe ich gerade, glaube ich, Burton oder sowas. Oder Böven oder irgendwas für Baston gesehen. Oh, wieder Iheanacho, der klasse hinspringt. Aber bisher leider nicht das Glück hat, mal einen richtig auf den Fuß zu kriegen. Oh, was ist das denn von Aguero? Das ist ja wieder Weltklasse gewesen. Da habe ich es verkackt, aber ich hatte auch keine Anspielstation. Zwei Minuten noch. Vielleicht die letzte Chance für Swansea. Jetzt haben wir theoretisch die Kontergelegenheit. Zabaleta und David Zür. Wir kommentieren das mal mit Aguero. Oh, Iheanacho ist auch ein schneller. Muss den Ball nur bekommen. Jetzt Zabaleta, der ist nicht so schnell, aber läuft sehr, sehr gut. Und jetzt ist Aguero in der Mitte. Aber halt wieder klein Rückraum vielleicht. Iheanacho. Sané. 3 zu 1. Klar spielt er und der kommt tatsächlich zum Tor. Sehr gut. Wieder schade für Iheanacho, dass er den wieder nicht im Tor unterbringen kann. Aber auch gut gehalten von Fabianski. Und den zweiten hält er dann gar nicht gut. Und dann ist auch Schluss hier im Liberty Stadium. Wir gewinnen gegen Swansea mit 3 zu 1. So muss das weiterhin laufen. Aguero trifft am Fließband und Iheanacho. Bei dem fehlt es halt nur ein bisschen bisher. Aber das wird sicherlich noch. Ich glaube, City hat auch in Realität 3 zu 1 gewonnen oder nicht. Tabelle sieht auf jeden Fall gut aus. Wir haben immerhin zwei Punkte Vorsprung vor Arsenal und Everton und drei vor Crystal Palace. Warum die da oben stehen, weiß aber wirklich keiner. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Deren Trainer ist Alan Partey. Und der ist eine richtige Bratwurst. Wir haben ein Upgrade bei Raphael Varane. Sehr schön. Und Kimmich und Jimenez stehen denkbar. Knapp davor. Wir haben viele Spieler, die fürs Nationalteam abgestellt sind. Sehr, sehr viele sogar. Unter anderem für Deutschland ein paar. Für Belgien ein paar. Für Argentinien. Für Spanien. Und wir gehen jetzt ins Spiel gegen die Spurs. Viel Spaß. Die letzten Partien zwischen den Spurs und Manchester City. Immer eine enge Geschichte. Meistens aber doch irgendwie mit dem besseren Ende oder dem versöhnlicheren Ende für Tottenham. Das sollte sich heute ändern. MgT zu Gast an der White Hart Lane mit seinen Jungs. Und natürlich unter anderem mit seinen Neuzugängen, die dafür sorgen sollten, dass solche Ausrutscher hier nicht mehr passieren. Jan Vertongen auf der anderen Seite Kapitän des Spurs war dafür verantwortlich, dass genau das von den Jungs von Maurizio Pochettino wieder umgesetzt wurde, was in den letzten Jahren so gut geklappt hatte und dass sie hier wieder die drei Punkte zu Hause behielten. Manchester City das erste Mal im absoluten Ausweichtrikot in Orange und Blau. Sind auf jeden Fall ein schöner Kontrast zu den normalen Trikots, haben aber auch ihre Eigenheit. Wir sehen die Tabelle und wir sehen die Spurs nur auf Tabellenplatz Nummer 10. Manchester City momentan Tabellenführer in der Premier League MgT. Bisher mit einem exzellenten Job bei seinem neuen Arbeitgeber. Und das wollte er natürlich heute weiter fortsetzen, wie bereits angekündigt. Tottenham mit Jori Walker, Alderweireld, Vertongen und Davies in der Defensive. Davor dann Van Yama und der ehemalige Citizen Fernando. Vorne drin haben wir natürlich Harry Kane und dahinter die Dreierreihe Musa Sissoko, Christian Eriksen und Jung Min Son, der ehemalige Hamburger und Leverkusen. Dann natürlich vor allem die Defensive um Jan Vertongen und Tobi Alderweireld. Ganz, ganz stark die letzte Saison waren sie die beste Defensive der Premier League, aber auf die war MgT mit seiner Elf vorbereitet. Der wollte das taktische Spiel von Maurizio Pochettino durchschauen und natürlich die drei Punkte mit nach Manchester nehmen. Bravo, Zabaleta, Varane, Stones und Bernhard in der Defensive. Davor dann Busquets, Gündogan und Thiago. Das heißt komplett Neuzugänge im Zentralmittelfeld. Und vorne drin Kevin De Bruyne, Sergio Conagüero und auf der linken Seite wieder einmal der Spanier-Nolidor, der den verletzten Rahim Sterling ersetzt. Sie schwörten sich ein vor der Partie. Das sah alles sehr, sehr gut aus bei den Citizens. Sie sind eine geschlossene Truppe. Das hat MgT in den ersten Wochen bereits hingekriegt. Und den besten Spieler der Premier League hat er auch in seinen Reihen, zumindest wenn es nach aktuellen Umfragewerten geht. Sergio Agüero bisher mit einer klasse Saison und das wollte er heute weiter unterstreichen. Mike Dean, der Schiedsrichter der Partie, fifft das Ganze dann an. Und in der Anfangsphase war es das gewohnte Spiel zwischen Tottenham und Manchester City. Denn die Spurs waren in der Anfangsphase das überlegene Team. Allerdings dauerte es eine Weile bis zur ersten Aktion und die hatte dann tatsächlich Manchester City mal in der Offensive. Das ist Agüero auf Nolito das Ganze abgedrängt. Und Juri ist dann schlussendlich da. Da waren wir bereits 23 Minuten gespielt. Es passierte also nicht viel an der Whitehead Lane. Dann kam Spursen halt nach vorne und die hatten auch die erste vernünftige Torgelegenheit. Christian Eriksen auf Van Yama. Der Kenialer zieht mal ab. Da hat nicht so viel gefehlt, aber im Endeffekt doch ein deutliches Stückchen über das Tor. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger an den Schlappen rutschen lassen. Dann könnte das hier funktionieren und man könnte Bravo in Gefahr bringen. Trotzdem war das jetzt der Auftakt. Maurizio Pochettino ärgert sich hier. Es war trotzdem der Auftakt, wie gesagt, zu einer absoluten Offensiv-Power bzw. Party, die die Spurs jetzt abbranden. City kam gar nicht mehr hinten raus. Walker mit dem Ball auf Harry Kane. Die Flanke auf Eriksen. Den muss er machen. Den muss er einfach machen. Da gibt es keine Entschuldigung für der Dene. Er vergibt hier die Riesenchance zum Führungstreffer. Allerdings bekommt er direkt die nächste. Da ist der Dene. Abgefällt von Varane. Und da ist der Führungstreffer. Manchester City liegt hinten. Und das durch ein Eigentor mehr oder weniger. Er wird trotzdem Christian Eriksen zugeschrieben. Und das ist auch in Ordnung. Der Dene im zweiten Versuch. Also erfolgreich. Und die Spurs, wie erwartet, irgendwie hier in Führung an der White-Hard-Lanes. Die Soko macht das außen gut gegen Bernhardt. Und dann ist der Pass in die Mitte gut. Und Eriksen hat Glück, dass Varane diesen Ball abfälscht. Der Ball fliegt in die komplett andere Ecke. Bravo, chancenlos. Und die Führung für die Spurs. City musste kommen. Allerdings taten sie sich schwer. Bisher noch nicht eine wirkliche Torchance auf Seiten des Scheich-Klubs. Allerdings konnte sich das hier erinnern. Maurizio Pochettinos Plan war bisher aufgegangen. Dann allerdings kamen sie mal. Und zwar über Nolito. Ball in die Mitte. Und da ist Aguero. Klasse Barade von Joria. Der besten Torhüter der Premier League. Und das unterstreicht er hier wieder. Seine Klasse ist definitiv da. Und es ist schwer, ihn zu überwinden. Und das muss auch der Argentinier hier in dieser Situation feststellen. Wunderbarer Reflex. Es ging dann in die Pause. Momentan 1 zu 0. Komfortables Ergebnis für die Spurs. London vorne. Manchester hinten. Das kann man natürlich gerne so sehen. Als Fan der Spurs. Die mitgereisten Citizens waren nicht sonderlich zufrieden. Allerdings zahlreich dabei. Und sie peitschten im zweiten Durchgang ihre Mannschaft nach vorne. Und das funktionierte recht gut. Ihanacho war reingekommen. Und man stellte auf Doppelspitze um. Und die erste Chance kam direkt über Nolito. Da waren keine zwei Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Und plötzlich waren die Citizens richtig aktiv. Vorne Gündogan scheitert hier mit seiner nächsten Aktion. Aber die Spurs kamen immer mehr in Bedrängnis in der Defensive. Wieder Nolito über außen. Der machte eine gute Partie im zweiten Durchgang. Die Flanke in die Mitte. Aber da kommt Aguero nicht ran. Sie näherten sich trotzdem. Hier dem Ausgleichstreffer. Aguero erobert den Ball nochmal zurück. Daraus wurde nichts. Dann Busquets. Iheanacho. Und nochmal auf Busquets. Busquets hat zwei Saisontore und will hier querlegen. Warum? Das weiß er wohl selber nicht. Hätte er alleine abgeschlossen. Wäre es eventuell der Treffer gewesen. So blieb es weiterhin beim 1 zu 0 für die Spurs. Und daran änderte auch Kevin De Bruyne nichts. Dieser Schuss allerdings war nicht das einzige. Er hat, wenn er wurde gefault. Es gab den Freistoß. Und somit direkt wieder die Chance für den starken belgischen Spielmacher. Spielmacher. Aber der Freistoß ein bisschen zu unplatziert. Wieder kein Problem für Hugo Juri im Kasten der Spurs. Von denen kam aber offensiv mittlerweile gar nichts mehr. Leroy Sané war eingewechselt worden. Bei den Zillisins der Linksfuß über die rechte Seite. Auch er erneut Zugang. Spielend einfach in die Mitte gezogen. Wunderbar gemacht. Der Pass in den Rückraum kommt aber nicht. Da war die Defensive dann wieder vor Ort. Und verhinderte das hier der Ausgleichstreffer. Wir springen in die absolute Schlussphase. 85. Minute. Das ist Leroy Sané. Der erobert den Ball. Da kommt die Flanke in die Mitte. Und da passt niemand auf. Aguero. Ausgleichstreffer. Plötzlich ist der Argentinier wieder da. Wenn man am wenigsten mit ihm rechnet, sticht er zu. Und vor allem, wie man am wenigsten mit ihm rechnet, sticht er zu. Mit dem Kopf erfolgreich. Normalerweise alles andere als die Spezialität des 1.72 kleinen Argentiniers. Aber diese Flanke von Sané perfekt. Und die Sprungkraft reicht aus. Das Stellungsspiel diesmal nicht gut genug in der Abwehr der Spurs. Das normalerweise Vertonghen und Alderweireld im Luftkampf komplett überlegen. Aber hier reicht es für Aguero zum 1 zu 1. Und dementsprechend zum Ausgleichstreffer. Wunderbar. Der Argentinier bereits mit seinem siebten Saisontor. So muss das laufen für die Citizens. Und das war die letzte Aktion der Partie. Man nimmt also einen Punkt mit von der White Hart Lane. Das ist besser als Niederlage. Natürlich war man nicht komplett zufrieden mit dieser Partie. Mit diesem Spielverlauf. Aber in der zweiten Halbzeit hat man sich deutlich gesteigert. Und MGT hatte Maurizio Pochettino seinen Matchplan. Und dann doch irgendwie noch kaputt gemacht von den Spurs. Kommt in der zweiten Halbzeit. Gerade Offensiv einfach zu wenig. Sie können sich zwar über den Punkt gegen den Tabellenführer freuen. Allerdings ist das zu wenig für ihre Ambitionen. Momentan nur Tabellenplatz 10. Und da wollen sie definitiv nicht stehen bleiben. City ist weiterhin auf Tabellenplatz 1. Immer noch keine Niederlage. Unter MGT läuft es. Und gerade für Sergio Cunagüero kann es definitiv genauso weitergehen. Ich habe gesagt, es würde ein schweres Spiel werden. Es war das erwartet schwere Spiel. Mit einem Ergebnis, was mir nicht gefällt. Aber in 1-1 ist es immer noch besser als zu verlieren. Und damit ist die Episode gleich auch schon vorbei. Ich weiß, es ist kurzweilig. Aber so ist das nun mal im Karrieremodus. Oh, was für geile Ergebnisse. Das gefällt mir ja mal richtig gut. Und Jimenez ist übrigens, glaube ich, gestiegen. Kann das sein? Jawohl. Aber dann nach Spielpause ist. Trainieren wir noch einmal vor dem Ende dieser Episode. Mit drei Neulingen. Und zwar Sané, Humphrey Grant und Angelino. Und die Ergebnisse sind nicht mehr so gut wie gerade eben. Macht aber nichts, denn wir haben noch ein Ziel erreicht. Unser Vorschein gratuliert uns. Wir haben 200 Millionen mit Trikotverkäufen eingenommen. Was natürlich richtig herrlich ist. Gucken wir einmal noch ganz kurz nach, wer momentan der Topseller ist. Momentan selbstverständlich Sergio Cunagüero, der hinter der Bräune und dann Buscats. Das kann ich nachvollziehen. Und damit beende ich diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Für die nächste Episode könnt ihr euch schon mal bereit machen. Die kommt nach dem 24 Stunden Livestream. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Es lohnt sich da auch zu folgen. Denn es wird in nächster Zeit ab und zu mal gestreamt werden. Das war's. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Und ciao.